Das hier sind die seltensten geheimen Räume in Minecraft. Originalvideo ist in der Beschreibung verlinkt. Und nehmt das Video nicht zu ernst, denn das ist auf jeden Fall nicht real. Wir sehen hier hat man eine Chance von 2,3%, dass unter dem Endportal angeblich ein geheimer Raum sein soll mit ein paar coolen Items. Hier hat man eine einprozentige Chance in der Pyramide, dass irgendwas da auch drunter sein soll. Angeblich befindet sich unter dem TNT einfach ein geheimer Raum mit einer Kiste und dort ist noch mehr Gold drin und Goldäpfel. Eine Chance von 0,02%, dass sich unter dem Bedrock einfach mal eine Kiste befindet und in dieser Kiste sind jede Menge Potions drin. Wenn das jetzt mal wirklich echt wäre, wäre das schon echt nice.